Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal StunnoGaming und heute schwimmen wir wieder wie Isenke und keine Runde auszütteln. Und heute kaufen wir uns ein langweiliges Haus. Wir gehen mal rein und gucken uns das an. Es ist anscheinend ein bisschen rummelig. Wir gucken mal, wir haben 110 Quadratmeter, was sehr geil ist, aber nur zwei Räume. Okay, nette Bude zu verkaufen. Wer möchte? Ich möchte die. Ich verkaufe die aber direkt weiter. Ich habe ja gedacht, wenn wir alles einmal gekauft haben, kaufe ich mir nochmal ein Haus. Dieses Haus benutze ich dann, wo ich dann drin wohne. Also dieses ganz große Haus, was da übelst viel kostet. Das teuerste Haus. Das teuerste Haus. Das teuerste Haus. Das will ich mir dann holen. Ich bin gerade übrigens erst aufgestanden, also nicht wundern. So. Zwei Badezimmer mindestens. Ah ja, du kriegst gar nichts. Ach, hier sind ja schon Bierfleisch und vorne. Oh no. Okay, mach die mal hier weg. Hier ist eine Pizza. Warum nicht? Ist ja alles weg, oder was? Geht nicht. Okay. Schade. Ah, Grafitti ist hier natürlich auch überall. Das darf natürlich hier draußen nicht fehlen, ne? So. Okay, wir sind hier vorne. Da ist ein Keller, da gehen wir später. Ah, wie es aussieht, müssen wir heute auch ein bisschen dekorieren. Das sage ich nicht nein, ne? Muss ich jetzt schon länger nicht mehr dekorieren, weil die Häuser immer voll, äh, schon waren. Ah, hier ist auch eine Badezimmerheizung und eine Klimaanlage, die fehlt. Kümmern wir uns später drum. Drum. So. Jo, das ist ja riesig. Okay, machen wir jetzt mal hier alles weg. Das macht, glaube ich, sogar richtig Bock, hier einfach alles aufzuräumen und dann am Ende so dieses Bild zu sehen, wie das dann vorher aussah. Wisst ihr, was ich meine? Das wäre bestimmt ganz geil eigentlich. Das ist dann schon... Geil, weil man weiß, wenn man das alles selber weggeräumt hat oder halt mit Kollegen. So, am WC als weg, ja. So, so eine Flasche. Da. So, so. So viel Müll, widerlich. Ja, das, äh, glaube ich. Deswegen mache ich das jetzt hier weg. So. Was für ein Chaos. Oh je. Ja, ich habe es jetzt verstanden, dass hier so viel Müll ist. So. Das ist ja alles weg, ne? Machen wir da oben. Es gibt noch ein wenig Müll zum Auf... Ja. Wieso wurde hier nicht aufgeräumt? Das kann ich dir nicht beantworten. Ich bin doch hier nur der Käufer von diesem Haus. Von außen sind die ja auch geschmiert. Muss ich auch mal außenrum... Kannst du Fenster sauber machen. Okay, hier. Boah, was ist mit den Fenstern passiert? Okay. Ne, ist das innen. Okay, so, einmal weg. Was ist das denn innen? Jünger, hä? Das check ich ja und ist null. So. So. Zack. So. Okay. Hier ist eine Heizung und da... Warum sind hier zwei Heizungs-Ding-Körper? Okay, 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 okay. So, wir bauen hier erstmal eine Klimaanlage rein, würde ich sagen. Klima... Einbau-Klimaanlage, ja. Ach, das ist gar kein Klimaanlage... Ups. Das ist ja gar kein Klimaanlage-Dings. Oh, ich hab viel zu weit hier vorhin gesetzt. So. So. Okay. So passt das doch. Ah, hier ist noch ein bisschen dreck, sehe ich gerade. Einmal kurz aufräumen und das ist sauber, ja. Also, das hier kann man so lassen. Ach, hier ist ja noch ein Schlafzimmer. So. So. Mann. So, machen wir hier mal auch alles weg. Was sogar selbst auf dem Schrank ist, gerade wie der... Bruder, was haben die hier in diesem Haus gemacht? Haben die eine Party gefeiert, oder was? Ich glaube, die haben hier wirklich eine Party gefeiert. So wie das hier aussieht. Okay, gehen wir hier mal wieder raus. In den Keller. So. Ach, Mann. In dem Keller ist ja auch irgendwas. Oha. Geiles Versteck. Kann man hier runter? Nö. Schade. Aus überlässt mir nicht zu, ohne zu gehen. Gut, machen wir unten auch einmal sauber. So. Irgendwo hier ist noch Dreck. Ah, okay. Perfekt. Fertig. So. Dann montieren wir hier mal kurz die Steckdosen neu. So. Zack. Zack. So. Fertig. Jetzt noch diese komische Steckdose hier. Was haben die denn auch mit den Steckdosen gemacht? Ja, auch komplett vergammelt. So. Okay. Perfekt. Gehen wir hier mal hoch. So. Wir wollen ja den Flur noch ein bisschen hier machen. Aber hier kann man gar nichts machen. Außer ich setze hier einfach einen Spiegel hin. So. Ein Spiegel. Aua. Für einen Spiegel packen wir dann hier am besten hin. Ich würde sagen so einen. Aber ich glaube, der ist so. Nee, der passt. Irgendwas spiegelt er hier die Tür. Nö. Dora, ich spiegelt tatsächlich die Tür. Okay. Ich würde sagen, wir verkaufen das Haus schon. Äh, nee. Ich will hier nichts platzieren. Hallo. Wir verkaufen das Hausverkauf. Verkauf. So. Zur Auktion gehen. Wir haben bezahlt. Wir haben bezahlt 82.000. Und 16 Dollar. Äh, 16 Euro haben wir bezahlt für irgendwas. Okay. Für Möbel. Okay. Wir haben ein Angebot von 92.000 Euro. Und kriegen 10.000. Wir verhandeln mal um 2.000 mehr. Also um 11. Okay. Um 12 sogar. Geil. Sie hat gesagt, okay. Angebot annehmen. Leute, wir haben das Haus verkauft. Wir haben das Haus verkauft. Wir haben das Haus verkauft. Ich bin jetzt 92.000 Euro reicher. Meine Güte. Deutsch ist bei mir auch jetzt komplett am Arsch. So. Und es lädt. Lädt. Lädt immer wieder. Und es lädt. Ich kenne das Lied. Also es geht nicht so mit es lädt. Aber es geht anders. Ihr wisst ja nicht, was ich meine. So. Komm jetzt laden. Nicht den ganzen Tag seid. Naja. Eigentlich ja schon. Aber. Nee. Okay. Okay. So. Wir gucken mal kurz, was das nächste Haus ist. Oh. Eine Hackerloft. Wir haben auch, wie ihr hier noch sehen könnt, nur noch 24 Häuser. Und das teuerste Haus ist das hier. Das Historik-Museum. Das kaufen wir natürlich auch. Wenn mir gerade die Frage ist. Das hat 20 Zimmer, Alter. Ja. Das dauert noch ein bisschen, bis wir das holen können. Aber Leute. Irgendeins von diesen Dingern wird mein Zuhause sein. Ich werde mal, denke ich, das Historik-Museum als mein Haus benutzen. Weiß ich aber noch nicht. Ich denke aber schon, ne. Also wir können ja hier auch diese ganzen Dinger hier drinnen lassen, eigentlich. Nur, ähm, es sind ja 13, äh, es sind ja 12 Häuser, wisst ihr, was ich meine? Allein zu Haus? Ah, die meinen wir, die meinen, glaube ich, Kevin allein zu Haus, ne. Kann das sein, dass das von denen das Haus ist, aber wie? Keine Ahnung, ist mir auch egal. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Schaut außerdem auf meinem Discord-Service vorbei, der ist in der Videobeschreibung von dem, ne. In der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr gefasst habt. Und drum auf den Tag. Haut rein, Alter. Ciao, ciao.